Hallo, hier ist der Guzor wieder am Clash Royale spielen mit dem Max. Moin zusammen. Und er hilft mir wieder. Also erstmal machen wir natürlich hier ein Gratis-Truher auf. Yeah, 62. Ah, Feuergeister sind ziemlich geil. Schweinereiter, hm, okay. Gold. Tesla. Feuergeister, hm. Okay, so hier ist nichts weiter und jetzt gucken wir uns mein Deck an, was laut Max seiner Aussage totaler Scheiß ist, sagen, was man so wie es ist. Erzähl, was kannst du mir empfehlen, wo sagst du, ey komm, hier, hau raus. Also wir bauen auf jeden Fall jetzt einmal eins der bekanntesten Decks. Okay, also dann nehme ich einfach mal Deck Platz 3. Fertig. Genau, wenn du das erste nochmal spielen willst, dann wäre es nicht schlecht, dass du dir das halt noch saves, ne. Ansonsten packen wir jetzt auf jeden Fall die Walküre rein. Walküre auf den ersten Slot packen wir mal genau da oben rein. Okay. Dann als nächstes die kleinen Skelette, die Einser-Skelette. Auch wenn sie im nächsten Update nur noch drei Skelette spawnen. Ja, stimmt. Das habe ich ausnahmsweise auch mal gelesen. Genau. Als nächstes Musketier. Habe ich. Hast du schon drinne. Genau. Dann den Hawk Rider auf jeden Fall rein. Okay. Den Hauch. Den hast du ja auch schon auf Level 5. Zack. Dann brauchen wir die Kanone. Pfeile auch? Nur mal so als Frage? Nein. Okay. Dann haue ich die Pfeile raus. Und ich würde die auch gleich leveln, die Kanone. Kannst du machen. Ja, dann bringt sie wenigstens ein bisschen mehr. Auch wenn sie halt jetzt im nächsten, äh, sag ich mal, runtergesetzt wird. Ja. Ob der Tesla dann besser wird, das wird man dann sehen. Wie gesagt, Tesla brauchen wir gar nicht überreden. Den habe ich ja auf Level 1. Ähm, erzähl weiter. Ähm, dann auf jeden Fall die Pumpe rein. Gegen den Prinz, sage ich jetzt einfach mal, wa? Genau, gegen den Prinzen. Ähm. Den Posten nicht. Nee, scheiße, habe ich. Doch, warte mal. Nee, scheiße, habe ich noch nicht. Okay. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir das anders machen. Mit der Pumpe ist es natürlich noch stärker. Ja. Ähm, aber dann mach auf jeden Fall den Zepp rein. Ja, das kriegen wir hin. Das ist der Blitz. Äh, ja. Genau, Zepp rein. Den hast du ja schon noch Level 7. Und, äh, den Giftzauber dann für den Feuerball. Okay. Der ist aber, glaube ich, ganz schlecht, der Gift bei mir. Ja, den könnte ich. Aber ich muss mal gerade gucken, ob ich es noch machen könnte. Ja, scheiß drauf. Komm, ey, ey, komm. Gold ist relativ billig. Also, im Vergleich zu Kisten. Naja, Kivirsat-Kisten ist bei mir nicht. Mach ich nicht. Nein, nein, aber ich sag nochmal. Ja. Es lohnt sich halt eher, Gold zu kaufen als Kisten. Für Leute, die halt, sag ich mal, weniger investieren wollen oder halt gar nicht. So, erzähl. So, jetzt haben wir ja deinen Riesen noch da drin. Das ist eigentlich viel zu teuer. Erzähl. Ähm, dadurch, dass du die Pumpe nicht hast, würde ich sagen, machen wir irgendwas Kleineres rein. Ähm, du hast jetzt schon zwei Zauber drin, also eher irgendeine Einheit. Äh, scroll nochmal durch. Mal gucken, was du nochmal hast. Mal gucken. Ah, vielleicht den Ritter reinnehmen. Okay, doch, den Ritter, ja. Hm? Also, den, den... Achso, den, den hier, den kleinen, ja, okay. So. Das ist zwar dann auch dein Tank, aber der kostet einfach zwei Elixier weniger. Und dadurch haben wir halt dieses bisschen, dieses Rotieren. Okay. Also, probieren wir es einfach mal so. Schauen wir mal. Ja, genau, ganz genau. Ähm, gegen dich jetzt erstmal, ja, wa? Können wir gerne machen, ja. Dann zeige ich einmal mein Main-Deck. Probieren wir mal. Und sobald du eben mal deine Pumpe bekommst... Ja, ja, ich bin fertig. Jo, perfekt, super. Starten, wa? Sobald du eben deine Pumpe bekommen solltest, dann einfach gegen den Ritter tauschen und dann schauen. Weil das ist dann wirklich super krass. Oh, ich habe mein Nasenspray kaputt gemacht. Nein! Okay, geht. So. Mal gucken, was wir jetzt sagen, was du jetzt sagst. Ja, genau. Das ist jetzt ein schwieriges Trick. Ich hau jetzt einfach mal raus. Ah, kacke, okay, gleich. Ja, klar, war logisch, dass du das... Oh, wie die Prinzessin weg ist. Oh! Das ist halt auch ein Counter. Aber Prinzessin, drei Elixier. Gift, vier Elixier. Ah, okay, ja. Aber die ist so abartig günstig, ja? Ja. Ich guck hier halt knallhart hier am Knallen. Nee, nee. Die Prinzessin darzusetzen war ein Fehler eigentlich, aber selbst da kriegst du halt den Push noch verteidigt. Was auch schon wieder krass ist. Jetzt kommt der Ritter hoffentlich noch in die Tower Range. Genau. Ich probiere das hier einfach mal. Du wirst jetzt sehen, wenn du da noch gleich was hinsetzt, ist er auf jeden Fall... Ah, schade. Ah, ganz knapp. Ganz knappe Kiste, Junge. Schade. Ärgere ich mich halt echt. Oh, ich komm gar nicht so schnell, weil halt wirklich das Deck ist so eine mega Änderung halt. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, was war die Weiß? Ja klar, da muss man ein bisschen überlegen, was setze ich jetzt gegen was. Genau, auf jeden Fall. Aber man muss auch dazu sagen, mein Deck ist auch ultra schnell. Also man spielt da super schnell. Ich rotiere super schnell durch die Karten durch. Ja. Und dementsprechend ist es halt dann auch schwierig für den Gegner, was er setzen kann. Und das ist dann der Vorteil in dem Punkt Royal Giant. Weil die Leute, das ist ja ein relativ... Es ist kein richtiges Offensiv-Deck in Royal Giant, außer du hast so ein Cycle-Deck. Jetzt muss ich mal was setzen, sonst habe ich hier zu viel Kram. Sprich, da ist es so, dass du, sag ich mal, mit diesem Deck, das ich jetzt hier habe, versuchst, den Royal Giant halt zu countern. Dass der Gegner gar nicht erst dazu kommt, den zu spielen. Weil du einfach so aggressiv spielst, dass der gar nicht wirklich dazu kommt, den zu spielen. Ansonsten verliert er eben seinen Tower. Und das lohnt sich halt dann nicht. Am Schluss verliert er dann deswegen. Und kann dann eben auch komplett nicht gewinnen. So, du siehst halt, was ich alles setzen kann. Ja, 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 richtig kranker Scheiß. Ja, 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 klar, natürlich, ja, ja. Du musst defend... Du bist halt im Prinzip der, der das Spiel leitet und du kannst halt nicht gewinnen. Das ist halt auch die Power von Legendary Card. Ja, klar. Zumal, ich sag sonst immer so, der Eismagier, naja, bloß, wenn der dann natürlich in der Masse, in einem guten Deck ist, dann kickt der dich natürlich richtig in den Arsch. Ähm. Von mir aus versuch doch einfach mal... Ich meine, du hast die Pumpe nicht. Das ist schon... ...'n Nachteil. Nimm doch mal nochmal deinen, deinen einfachen Account. Meinen einfachen Account können wir machen, ja. Nee, die möchte ich selber behalten. Weil wenn ich jetzt natürlich wieder mit der Armee, äh, hier oben, äh, oben, relativ, wenn ich damit aber wieder loslege, dann, hm, bin ich wieder 200 Pukis los. Ich bin ja noch bei dir im Clan drin. Ja, klar. So, muss man nur mal schnell umschalten. Dass man auch meine Seite sehen kann. Und, äh, okay. Was nehme ich dann für ein Deck? Was Einfaches. Was Einfaches. Ich meine, ich kann ja im Prinzip dasselbe spielen. Warte mal, ich mach mal meine Pumpe raus. Was hab ich dir gesagt? Ritter haben wir reingemacht, ne? So. Dann hab ich genau dasselbe Deck wie du. Okay. Dann können wir nochmal spielen. Ich bin ja ready. Äh, mach, mach Anfrage. Mein Drucker schaltet sich in Kürze aus. Da kommt's natürlich jetzt drauf an, wer hat vielleicht die bessere Starthand und so'n Kram. Mhm. Wer kann vielleicht zuerst irgendwas setzen. Ah, ich war doof. Ich hab den, 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 deinen Königstauer da, äh, noch an, angehittet. Das war ja das Dürfste überhaupt. Und jetzt probier ich zu defenden. Ja, okay, das geht schon mal. Ja, das hab ich jetzt gefailt. Dass der Gift nicht auf der Kanone war. Na, die Kanone war ja auch noch nicht gesetzt. Ja, ja, aber wenn du die in den Gift setzt, kriegst du ja trotzdem Damage, deswegen. Ja, klar. Ja, ja, stimmt. Da hast du recht. Ja, klar. Das ist ne schöne Idee gewesen. Schön, den Musketier noch dahinter gehabt. Jetzt muss ich natürlich in den Gift laufen, das ist auch nicht schlecht. Nur ist das natürlich bei so, in Anführungsstrichen, Tanky-Truppen. Egal. Nicht unbedingt so das Beste. Aber du siehst, du hast auch relativ guten Schaden gemacht an meinem Tower. Ja, einmal halt den, äh, den Hawk Rider durch, wa? Ja, ja, genau. Mit Gift noch on top. Ja, kacke. Geht der, geht der? Ah, schade, es ist zu weit weg gewesen. Okay, ich hab's halt probiert. Ich dachte mir, äh, geht der, ähm, geht der Hawk dann noch, äh, drüber zu der Kanone? Aber das war leider nicht der Fall. So, jetzt hab ich schon viel zu viel gesetzt für 75 HP. Das ist zu viel, ja? Ja, ich seh's grad. Ah, kacke, ja, genau. Jetzt giftet er mein Tower weg. So, da kann ich im Prinzip fast nur noch verteidigen. Die Skelete sind einfach so krass stark, also. Alter, ich verkack mit dem Deck so hart. Ja, das ist ja auch im Prinzip das erste Mal, dass du es spielst. Bei jedem Deck so. Oh, da muss ich mir echt richtig krass... Wenn du damit erst mal 100 Games gemacht hast, dann weißt du auch, wie das funktioniert. Also, ich hab's wirklich bei mir gemerkt, bei dem, was ich ja jetzt gespielt habe, deswegen bin ich ja auf 1800 noch was Pokis gekommen. Wirklich, dass es erst nach und nach wirklich ineinander übergeht, dass man sagen kann, okay, das läuft. Ja, okay. Ich werd das auf jeden Fall testen. Vielen Dank dafür. Das soll es dann auch wieder für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und, ja, ich hoffe, ich bin da nicht weiterhin am Failen. Dann haut mal rein. Wir wünschen euch was. Ciao, ciao. Bis dann.